Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Battlefront 3 Beta mit mir, dem Torben. Wir spielen heute wieder Drop Zone und ausgerüstet sind wir mit einem Jump Pack, einem Personal Shield und einer Rifle und mit der besten Waffe, also der teuersten Waffe im Spiel. Mit der habe ich noch nie gespielt, deswegen werde ich das jetzt erstmal ausprobieren und ich freue mich. So, wir führen 1-0 schon, das ist doch gut und da hinten sehe ich direkt müssen wir den Port einnehmen, haben wir auch schon gemacht. Nächtliche Aufnahme hier um 1 Uhr gerade und hier geht direkt die Post ab, habe ich das Gefühl. Aber ich habe noch keine Sturmtruppe gesehen, wenn ich eine sehen würde, würde ich sie fertig machen, hoffe ich doch mal. Ich habe einfach mal sehr hohe Erwartungen an die Waffe. Oh Leute, die ist geil. Ich habe den Kill jetzt nicht bekommen, aber Ich werde von allen Seiten hier umzingelt. Weißt du, erst sehe ich gar keine und dann kommen sie von allen Seiten. Das sind mir die Liebsten. Ah, jetzt stehe ich negativ. Ach man, das ist so schwul. Ich will nicht negativ stehen. Stehen. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ich habe gerade schon mal eine Runde aufgenommen. Aber die ist äh da war auf irgendwann einfach meine Festplatte voll. Mist, ich stehe negativ. Ich raste aus. Ich brauche mal ein bisschen äh nicht ganz so offensiv. Oh Mann, mein Cooldown läuft noch. Weil die Waffe ist halt echt mega geil, aber ich muss die halt auch mal nutzen können. Und die ist halt nicht Upsala nicht für den nächsten Nahkampf aber halt auch nicht für die Entfernung also für die Ultraweite Entfernung sondern die ist für so Medium Range Medium Range Nee, so nicht. So brauchen wir hier gar nicht erst anfangen, mein Lieber. Willst noch mal jemand versuchen? So kann ich mir auch Kills holen. Das war einer von mir, ja korrekt. Gut. Den haben wir Defended würde ich mal behaupten. Bam, Alter. Die Waffe ist ultra geil. Zack. Ah, Schitte. Immerhin noch ein Kid Assist geholt. Ja, die Waffe ist ultra. So, wir brauchen nur noch zwei Ports dann haben wir schon gewonnen. Das könnte eine echt schnelle Runde werden. Wir holen die. Ports. Die Runde sowieso. Ähm. Ist da hinten schon ein Feind? Ich weiß es nicht. Ja, da ist einer. Kann ich dir Schätzlein mal eben holen? Bam. Bam. Kill Assist noch. Abgeholt. Okay, der Pott gehört uns. Okay, den haben wir. Fuck. Von hinten. Shit, boah. Aber wir haben mir noch so dick gedrückt. 34 Leben nur noch. Die Waffe ist so geil. Die ist halt echt so übertrieben gut. Oh Mann. Jetzt müssen wir den wieder einnehmen, ey. Das hat Zeit gekostet. Zack. Mal gucken. Dann können wir sie doch nicht so schnell holen. Das wäre wahrscheinlich auch echt wirklich schnell gewesen. Aber dann verteidige ich den Pott mal. Das mache ich sowieso am liebsten. Weil da kann ich mir immer Kills holen. Und noch den Pott verteidigen. Wow, Torben. Das wäre super sinnvoll gesagt. Okay. Schön, dass du mir jetzt ins Ohr schreist. Aber ich es trotzdem höre, als würde es mir... Na, schade. Mann, mein Handy geht gerade aber auch andauernd. Ich würde halt echt gerne... Ich würde halt echt gerne... Ähm... In den Top-Spielern sein. Also nicht in den Top-Spielen, aber auf diesem... Hupsala. Da werden ja immer drei Spieler angezeigt, die die meisten Kills gemacht haben. Die meisten Dinge eingenommen haben. Und die meisten verteidigt haben. Und da möchte ich gerne dabei sein, irgendwie. Das wäre nice. So. Am coolsten wären natürlich die meisten Kills. Dann wäre ich stolz auf mich. Aber es wird nicht mehr der Fall sein. Weil ich... Gerade sehe ich einfach auch schon wieder gar keinen. Dann bleibe ich halt bei den Pots und verteidige die. Dann komme ich damit halt groß hinaus. Groß raus. Groß hinaus. Gut gesagt, Torben. So. Ja, gleich haben wir es. Nicht mehr lange. Hehe. Im Notfall aktiviere ich einfach meinen Personal Shield, wenn ich richtig jetzt auf die Fresse kriegen sollte von irgendeiner Seite. Victory. Und nochmal drauf gegangen. Ach, und das zählt auch noch. Wahrscheinlich. Ich stehe negativ. Wie schwul. Oh fuck. Das muss nächste Runde auf jeden Fall besser werden, Leute. Eine hängen wir ja noch dran von Dropzone. Ihr kennt das, ja. Aber wir sind dabei. Bei Most Potts Defended. Das ist gut. Sehr schön. Ähm, das wollte ich doch. Mehr will ich nicht. Okay, hau rein da. Gib mir die XP, die ich eh nicht mehr brauche, weil ich eh Max bin. Vielen Dank. Dann gibt es nochmal 300 Credits. Kann ich auch nichts mit anfangen. Doch, kann ich. Ich will das Sharpshoot-Ding noch haben. Ja, ja. Da, das kann ich mir noch kaufen. Und das werde ich auch noch kaufen. Weil ich ein Sharpshooter bin. Wie viele Credits habe ich denn? 2400. Und dafür brauche ich nochmal doppelt so viel. Heavy. Wird anscheinend gut sein. So, jetzt sind wir mal Imperium. Mal gucken, ob wir es da genauso gut gebacken kriegen. Wir sind halt nicht ganz so gut getarnt. Wie die Rebellen. Weil man die Rebellen halt echt leicht übersieht. So, zack. Start. Los geht's. Ähm. Wir müssen direkt zum ersten Pot, Leute. Direkt so loslegen, wie wir in der letzten Runde aufgehört haben. Vielleicht nur ein bisschen besser. Okay, da hinten. Da steht auch schon mein Partner. Der hat schon den Pot eingenommen. Okay. Ich secure den. Wir müssen hier nur... Ach, Mann. Dann hing ich irgendwo an einem Stein fest. Und dann... Ach, dann sind da so viele, die ich alle hätte töten können. Mit meiner Waffe kann ich das halt. Bam. Bam. Fuck, fuck, fuck. Ich häng schon wieder am gleichen Stein fest. Boah, dieser Stein ist meine Nemesis, ey. Immerhin noch ein Kill Assist rausgehauen. Boah, ich hab schon aufgehört zu schießen. Wir waren noch nicht da und... Oh, fuck. Nervt doch nicht. So, okay, den Pot haben wir. Ach, Mist. Mist, Mist. Ich will keine Kill Assist. Ich will die meisten Kills machen. Da bringen wir Assists nicht. Und mein Handy ist einfach die ganze Zeit am vibrieren. Da hinten ist der nächste Pot. Ich bin on my way. To it. So, jetzt noch hier lang. Da hinten wird auch schon dick geschossen. Personal Shield, Personal Shield. Okay, wir müssen das Ding einnehmen. Das ist das Einzige, was zählt. Komm her. Fuck. Ich raste aus. Wieder nur den Assist bekommen, ey. Oh nein, war noch der Cooldown an. Mist. Wir müssen da hin. Ich komm, die meisten Kills schaffe ich eh nicht mehr. Okay, den haben wir noch. Boah, Gott sei Dank habe ich die Waffe, ey. Das hätte ich den nicht mehr gekriegt. Oh, da ist auch einer. Okay, haben wir. Nice. Da oben ist auch noch einer. Zwei. Killsist bringt uns aber gar nichts. Okay, wir haben den verteidigt. Oh, dafür bin ich gerne in die Grube gelaufen. Okay, da hinten. Okay, claimt ihn, claimt ihn. Ich verteidige. Werd beschossen. Von da hinten. Oh, fuck, Alter. Der geht mir aber ganz schön. Erstmal Personal Shield aktivieren. Und hier ein bisschen Überblick verschaffen. Okay, da hinten. Steht er immer noch. Steht er immer noch. Mal gucken, ob ich den ein bisschen austricksen kann. Hätte ich mal meine andere Waffe jetzt in der Hand gehabt. Aber nein. Dann wählt man natürlich die Sniper aus. Boah. Er war sauknapp. Er war sauknapp. Personal Shield ist noch nicht wieder frei. Er ist jetzt wieder. Okay, dann kann ich defenden. Gut, und jetzt bin ich nämlich auch wieder bei 100 live. Ist ein Thermal Detonator geflogen? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben ihn. Sehr schön. Bam. Der ist weg. Da hinten. Ich komme. So. 30 Meter noch. 20. Und da sind wir. Der wird jetzt schon von dem eingenommen. Aber ich verteidige er sowieso lieber. Boah, so langsam macht das Spiel echt Spaß. Wenn einfach, weil alles immer schneller wird. Je mehr Sachen man ausrüstet. Okay, den haben wir erwischt. Ich wusste doch, dass da oben einer steht. Hier schießt doch irgendwo. Ach, da. Oh, Orbital Strike. Hi. Den haben wir bekommen. Und zwei aktivieren. Mit vier Leben. Ist nicht so praktisch. Zu kämpfen. So. Sind wir die einzigen, die noch hier stehen. Wegen dem Orbital Strike. Und wir müssen hier natürlich weiter kämpfen. Da oben stehen eigentlich immer welche. Deswegen habe ich da einfach mal hingeballert. Okay. Kein Problem. Immer wieder gerne. So, wo kommt der neue Port? Dann haben wir auch die nächste Runde gewonnen. Ups. Da war ein Stein im Weg. Hi, süßer. So nicht. Gut. Wir haben ihn. Wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn. Da oben ist einer. Okay. Haben wir. Nice. Wir haben über zehn Kills. Sehe ich an dem Award, den wir bekommen haben. Ach, ich will in die, ich will unter diese drei Spieler. Das heißt, ich muss hier verteidigen. Och, da ist einer. Wer sagt mir das? Da ist einer. Kann ich mir den holen? Kann ich. Und Personal Shield aktivieren. Bis wir wieder hochgehealed sind. Da wird auch schon auf uns geballert. Ja, den haben wir noch bekommen. Nice. Und damit steht unser Sieg fest. Perfekt. Geil. So muss das, Leute. Zwölf zu drei. Das ist auch eine gute Statistik eigentlich. Darüber hat natürlich noch wieder einen draufgelegt. 18 zu vier. Ja. Aber wir sind da. Most Pods Defended. Nämlich vier. Und das ist ja wohl ziemlich fresh. Zweit am meisten Kills haben wir gemacht, glaube ich. Und vier Pods Defended. Das war doch eine erfolgreiche Runde. 14 Minuten lang jetzt. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit unseren neuen Waffen ist das ja mal übelst geil. Das macht richtig viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Haut da rein. Und ciao.